Kitchen? Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle, einen Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Seh ihn dir genau an. Mehr Vorführung bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Nein, jetzt ist die Tür zu! Ach verdammt, da war noch eine Tür. Hätte ich mal, wäre ich mal vorher reingegangen. Ich dachte, dass ich dann, dann was verpasse. Hm. Passiert hier auch was? Also ich kann hier nur reintatschen. Dann glitzert der Batman im Sonnenlicht. Was, was ich anbaue? Haferrohrer, Kartoffeln, Weizen, Gerse. Okay. Das Linsensuppe. Ja, möchtest du mal probieren? Wale, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Ach so, das soll er sein. Und der hat eine sehr große rote Nase? Aber ich möchte jetzt was essen. Ich darf hier aber auch nicht raus. Mach doch Knoblauch rein. Nee, nee. Und hallo, Couragey. Lass mal. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht essen. Ich fühl mich grad so klein. Hm, schön, dass wir das einsammeln. Okay, ich gehe hier durch. Sieht angenehmer hier aus. Das ist ein Herz und da sind die ganze Zeit irgendwelche Äxte raufgeworfen worden oder raufgeschlagen. Okay. Das Herz haben wir auch sehr oft hier gesehen als Symbol. Möchtest du happy happy? Ja. 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 Was für Fahrschule immer plus 20, äh, gleich für den stärkeren Anerkäußung. Lass mal schauen, wie er sich in die Rolle macht. Ja. Ja. Das sowieso. Kann ich jetzt wieder gehen? Nicht? Hm. Hm. Lecker. Wer möchte? Was? Aber warum? Ich will nicht. Ich will nicht, dass du wiederkommst. Ich hasse ihn. Ich will nicht, dass du wiederkommst. Ich hasse ihn. Oh. Oh. Da passiert ja gar nichts. Alles wickelt. Ja. Besser ist. Oh, warum im Lüftungsschacht, Mann? Das ist nicht, das ist nicht nett. Lüftungsschächte sind scheiße. Wobei, das ist nicht mal mehr ein Lüftungsschacht. Oh, Reggie, danke für deinen Host. Ich glaub, du wolltest mich eh nur erschrecken, ne? Ja, ja, ja. Notiert. Teddybär auf die Einkaufsliste. Ja. Ich will mal essen. Okay, Sven. Bis gleich. Bis gleich. Vielleicht lebe ich dann nicht mehr. Wer weiß. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, den Zutreff zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum seinem eigenen Gewicht stand. Ne, deine Schockmomente sollen meine Follower aussehen. Ja, das ist sehr nett. Ne, wirklich, danke für deinen Host. Mach nur Spaß. Haben wir bestimmt mindestens heute acht, neunmal in die Hose gepullert. In die Windel, meine ich, so. Aber Killer wickelt mich immer. Das stelle ich mir irgendwie gerade komisch vor. Aber gut. Wem juckt denn das? Ich habe keine Angst mehr. Eine fette Lüge, aber... Nicht im Licht, hier ist überall Licht. Ich habe eine andere Hose geprüft. Ich habe es nicht mehr. Bäh! Was ist das? die geräusche ist der radio schon wieder an oder gehe ich doch nicht runter da gehe ich doch nicht runter es ist ein besonderen teddy bär den du möchtest gibt es besondere teddy bären ich weiß es nicht man kann da werden weiß ich nicht was was gibt es für besondere teddy bären das ist mir eigentlich egal teddy bären sind süß ich gehe nach oben mit dem hohen alter krisse sein dass das schöne windel brauchst du hau danke denn wachsenden windeln sind voll bequem teddy bär das aussieht wie eine eule koala sind auch süß und spiegel schön da kommt bestimmt gleich was raus ne ja ja da sind ich glaube das mädchen und der junge drauf ne kann es leider nicht ranzoomen wenn es die augen aufmacht die augen aufmacht You were always bad luck, a blight upon this family. I give everything, and what do I get in return? A little gratitude, a little heart. Is that too much to ask? A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Will ich irgendwas machen? A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Ja. Weiß ich jetzt, ob ich dir irgendwas, ob ich dir das jetzt geben soll hier, keine Ahnung. A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Geh jetzt. A lucky break. A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Er rastet immer mehr, hab ich das Gefühl. Er schreit immer mehr, immer lauter. A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Okay. Jungs. 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 A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Jungs. 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 auf den sack ich denn hier machen kann ich sie wieder hinpacken ich komme nicht mehr raus weißt du was ich überlegt habe ob ich erst wieder nach dem 18 stream soll das musst du wissen warum ausgerechnet nach dem 18 ja er macht mich gerade voll wahnsinnig oder ein teddy bear mit koala füllung zu passen darf ich jetzt gehen dieses spiel macht mich verrückt oh mein gott okay das ist richtig uncool gerade ich bin raus ich bin gefüllten panda das klingt irgendwie falsch einen gefüllten panda der arme panda kann ich das wieder hier zurückpacken man ich will hier raus ich finde das wie für ein preis haben die noch irgendwas zu sagen kann ich vielleicht hier durch jetzt kann ich hier hoch ich übersehe gerade etwas ich habe keine ahnung hallo düne wie geht's dir wer ist über sich hier gerade oh da unten das hatten wir schon ne ich bin jetzt raus jetzt habe ich was eingesammelt darf ich jetzt raus was fehlt mir denn noch was fehlt mir denn noch muss ich noch irgendetwas einsammeln muss ich noch irgendetwas einsammeln oh das glaube ich dir ich sehe gerade nicht was ich machen soll hat jemand eine idee okay koala panda teddy bear mit windeln eulenflügel und brüsten ich kann mir halt nicht mehr raus das hier habe ich eingesammelt ich habe ihnen die karte gegeben was genau was genau was soll ich jetzt tun wieder der hut das bestimmt mir total simpel was ich hier gerade übersehe ich komme mir einfach auf diesen beschissenen raum nicht mehr raus einen anderen weg gibt es nicht vielleicht habe ich hier was übersehen warte mal mal gucken ach so ja okay durch den chat roll dann mache ich das mal jetzt wieder hier weg dann müsste ich ja jetzt jetzt müsste ich theoretisch hier raus kommen nein sag das nicht hallo ritter wie geht's dir das ist ja dann das mal aber sehe ich Vielen Dank.